Pius VI. war Papst von 1775 bis 1799. Er war seit 1758 Priester und seit 1773 Kardinal. Sein Pontifikat gehört mit 24 Jahren zu den längsten der Kirchengeschichte, Leben vor seinem Pontifikat. Giovanni Angelo Brasi studierte am Jesuitenkolleg in Cesena und wurde schon als 18-jähriger Doktor der Rechtswissenschaften. Während des Konklavis von 1740 war er Sekretär des neu gewählten Kardinaldekans Thomas Orofo, für den er während des Konklavis die Diözese Ostiaveletri verwaltete. Nach dem Tod von Kardinal Orofo wurde Brasi 1753 Kammerdiener von Papst Benedikt XIV. Nachdem er 1758 Priester wurde ernannte ihn der Papst zu seinem Haus Prelaten. Am 14. September desselben Jahres wurde er Referent am Apostolischen Gericht Papst Clemens XIV. Er nannte Brasi am 26. April 1773 schließlich zum Kardinal. Er hielt sich aus den kirchlichen Konflikten mit den europäischen Großmächten weitgehend heraus, weswegen er als Kompromisskandidat dann auch zum Papst gewählt wurde. Pontifikat In einem fast fünf Monate dauernden Konklave wurde der Kirchenjurist Kardinalgraf Brasi am 15. Februar 1775 zum Nachfolger von Papst Clemens XIV. Gewählt bei seiner Wahl musste er zu sagen, das Jesuitenverbot nicht anzutasten. Die Wiederzulassung der 1773 aufgehobenen Jesuiten betrieb 1814 sein Nachfolger Pius VII. Zu den ersten legislativen Akten seiner Amtszeit zählt die Unterzeichnung des Editorsopra Gli Hebrai, das Edikt über die Juden. Dabei handelt es sich um die Zusammenfassung all der kirchenstaatlichen Judengesetze, die seit der Bulle Cum Nimes Absurdum von Paul IV. 1555 erlassen wurden. Pius VI. ließ auch den Nepotismus stärker aufleben, womit er auf Ablehnung stieß. Unter seinem Pontifikat musste sich die Kirche starken staatlichen Eingriffen entgegenstellen. Kaiser Josef II. wollte in Österreich das Prinzip der Staatskirche einführen, womit eine erhebliche Einschränkung des päpstlichen Einflusses verbunden gewesen wäre. Selbst in geistlichen Fragen 1782 unternahm der Papst eine Reise nach Wien, um den Kaiser zu einem Einlenken zu bewegen. Am Ostersonntag, 31. März 1782, erteilte Papst Pius VI. den Segen Orbi e Orbi vom Balkon der Kirche am Hof aus und besuchte am 16. April 1782 die Peregrini-Kapelle, deren Patron er bis zu seinem Lebensende sehr verehrte. Anlässlich seines Besuches in Wien wurde ein Teedeum des Komponisten Johann Habegger gesungen. Andererseits versuchte Pius VI. in Deutschland die bischöfliche Macht gegenüber der Päpstlichen zu schmälern, indem er 1785 in München eine Nunziatur einrichtete, wogegen die Erzbischöfe von Köln, Trier, Mainz und insbesondere der des Fürsterzbestums Salzburg, Koloridu, protestierten. 1786 verabschiedeten die Bischöfe die Emser-Punktation, die eine Genehmigung päpstlicher Bullen durch die Bischöfe forderte. Diese Konflikte traten mit dem Ausbruch der Französischen Revolution im Jahr 1789 in den Hintergrund. In Frankreich wurde das gesamte Kirchengut säkularisiert. Die Orden wurden aufgelöst, die Zahl der Bistümer stark begrenzt. Bischöfe und Priester wurden von nun an von staatlichen Stellen ernannt und mussten einen Eid auf die Verfassung ablegen. Der Inhalt der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte stieß bei Papst Pius VI. auf entschiedene Ablehnung. Sein Befremden über die Forderungen der Erklärung drückte er in einem Brewe am 10. März 1791 aus. Kann man etwas Unsinnigeres ausdenken als eine derartige Gleichheit und Freiheit für alle zu dekretieren? Eine normative Egalität zu konstituieren, die sich über die natürliche Wahrnehmung in der Gesellschaft hinweg setzte, dieser neuartige Gedanke schien ihm widersinnig. Diese Absage an Menschenrechte und Volkssouveränität entsprang einem Menschenbild, dessen Skepsis gegen bürgerliche und persönliche Freiheiten der Menschen in schärfstem Widerspruch zum Optimismus stand, wie er sich im Geist der französischen Revolution niederschlug. Wesentlichen Einfluss auf dieses den Geist der französischen Revolution ablehnende sogenannte Brewe hatte Kardinal Giuseppe Garampi, der sich für eine organisatorische und wesensmäßige Trennung von Kirche und Politik einsetzte. 1796 wurde der Kirchenstaat von französischen Truppen besetzt. Napoleon Bonaparte rückte am 19. Februar 1797 mit seinen Truppen den Frieden von Tolentino durch, in welchem Napoleon den militärisch unterlegenen Kirchenstaat zu Gebietsabtretungen an Frankreich, zur Zahlung eines Millionenbetrages und zur Übergabe wertvoller Kunstwerke zwang. Als sich der Papst daraufhin mit Österreich und Neapel verbündete, griffen die Franzosen erneut an und riefen am 15. Februar 1798 in Rom die Republik aus. Der Papst wurde für abgesetzt erklärt und zunächst nach Siena, dann nach Florenz verbannt. Bereits schwer krank wurde er schließlich nach Frankreich verschleppt, wo er im Sommer 1799 in Wallens starb. Pius VI. ernannte seinen Neffen Romualdo Branchionisti, seinen Onkel Giovanni Carlo Bandi sowie den späteren nachfolgenden Papst Pius VII. zum Kardinal, mit dem er mütterlicherseits verwandt war. Nach seinem Tod Nach dem Tod des Papstes in Gefangenschaft schien die katholische Kirche am Ende. Erst im folgenden Winter konnten die Kardinäle unter österreichischem Schutz in Venedig zu einem Konklave zusammentreten. Aus dem im März 1800 Pius VII. hervorging. Verschiedenes Sein Neffe Luigi Branchionisti errichtete mit finanzieller Unterstützung seines Onkels in Rom den Palazzo Branchi.